Ich habe anlässlich meines 70. Geburtstags gesagt, und dazu stehe ich heute, und die Sonja hatte an meinem 70. Geburtstag teilgenommen, und sie war unser Ehrengast, sie war mein Ehrengast. Und ich habe gesagt, Sonja, egal was die Menschen dir antun, ich stehe hinter dir. Und ich weiß, dass wenn man alt wird, dass man da Riesenprobleme hat, weil man bestimmte Akzeptanz nicht mehr bekommt. Aber ich als 70-jähriger Mann stehe hinter dir, solange du lebst, und ich weiß, du kannst das. Vielen Dank.